Machen wir ein bisschen Musik hier bei The Evil Late Night für euch eingeflogen aus Hamburg. Ich freue mich riesig. Hände in die Höhe, klatschen da ist Carsten Erobig-Meyer und Bala Bala! Wart ihr schon einmal in den Ferien? Wart ihr schon mal mit einem BMW über den Brenner gefahren? Wart ihr schon mal verliebt in der Urlaubsdiskothek? Zu den Hits von Gianna Nannini und Adriano Celentano Die ganze Nacht geheult Es war im Urlaub, Urlaub in Italien Im Urlaub, Urlaub in Italien Im Urlaub, Urlaub in Italien Mit den Eltern 86 Im Urlaub, Urlaub in Italien Im Urlaub in Italien Im Urlaub, Urlaub in Italien Urlaub, Urlaub in Italien Im Urlaub, Urlaub in Italien Mit den Eltern 1986 Im Urlaub, Urlaub in Italien Urlaub, Urlaub in Italien Urlaub, Urlaub in Italien Im Urlaub, Urlaub in Italien Mit den Eltern 1976 So ehrlich muss ich sein Vielen Dank!